Was geht ab, Leute? Willkommen bei einem weiteren Video. Die Gründung der Collective Motion GmbH ist mittlerweile jetzt genau sechs Monate her. Wir waren Ende Januar beim Notar und jetzt haben wir Anfang August. Bedeutet sechs Monate Update. Das letzte Mal, dass ihr die Halle so richtig gesehen habt, war die Halle komplett leer. Und mittlerweile stehen hier acht Autos immerhin. Und zwar folgende. Porsche Carrera 3,2 Targa G-Modell. Alfa Romeo Montreal, Mercedes-Benz 190 Evo 1, BMW E30 M3, BMW Z1, Lotus Elise Serie 1, Camaro SS 396 Big Block Cabrio, Corvette C2 Stingray Cabrio. Die Frage, glaube ich, die ich am meisten gestellt bekomme, ist, was machst du eigentlich? Weil ihr seht immer diese Videos und das ist auch klar Lifestyle. Da geht es eigentlich am Ende nicht wirklich um irgendwie Verkaufen oder sowas. Natürlich ist es manchmal Thema. Aber es geht vor allem darum, diesen Lifestyle mit diesen alten Autos und eben Sammlerfahrzeugen und Sammleruhren zu zeigen und da den interessantesten Content zu liefern. Am Ende bin ich Autohändler. Testa Rossa, Diabolo SV, F50, Vanquish S, V12 Vantage S, SL65 AMG Black Series und ein 512 BB. Okay, relativ plain. Ich habe natürlich mehr vor als das in der Zukunft, aber lass uns das erstmal so sehen, wie es ist. Ich bin Autohändler. Ich kaufe und verkaufe Autos. Und das war auch von Anfang an der Plan, als ich letztes Jahr Dezember meinen ehemaligen Arbeitgeber verlassen habe, wo ich digitale Wertpapiere von Sachwerten strukturiert habe, bedeutet am Ende wie Aktien von Sachwerten, Autos und Uhren hauptsächlich, sind Firmen, die so etwas Ähnliches machen, auf mich zugekommen, um solche Produkte am Ende von mir zu beziehen. Bedeutet, diese ganzen Autos hier, dieses, 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 dieses und dieses, gehören nicht mir, sondern gehören Investmentfirmen, die quasi das dann wieder weiter aufteilen und dann quasi diese Autos werden von Hunderten von Leuten besessen gleichzeitig. Das ist ein Konzept, was generell mir auch am Herzen liegt, weil ich erstmal in dem Bereich vorher auch gearbeitet habe, aber auch, glaube ich, das ganze Blockchain-Thema und das Thema Besitz in meiner Generation sich, glaube ich, sehr, sehr wandeln wird. Und ich glaube, das ist ein Weg, wie eben viele verschiedene Leute einen Wert zusammen besitzen können und dann zukünftig vielleicht da sogar was Interaktives rauswerden kann, wo man das am Ende nicht nur monetär sich teilt, sondern vielleicht auch erfahrungstechnisch teilt. Das ist so die Vision für die nächsten 10, 20 Jahre. Erstmal geht es darum, Autos zu verkaufen und Autos zu kaufen und in diesem Markt überhaupt unterwegs zu sein. Die Collective Motion GmbH hat im Zuge dessen jetzt mittlerweile knapp um die 750.000, 850.000 Euro Umsatz gemacht. Das heißt, so und so viele Autos verkauft. Insgesamt 10 Autos. Noch ein paar Uhren und was auch immer, aber das ist egal. Das erste war ein 911F-Modell, ein T. Der steht jetzt nicht hier, sondern der steht woanders. Dann kam der Z1. Wirklich in dem Fall, wie gesagt, alles Investmentfahrzeuge, die aber auch irgendwo bekannt sein müssen, weil ansonsten ist sowas schwierig zu finanzieren natürlich. Danach kam ein Lotus Elise Serie 1. Das ist ein 98er Baujahr. Wir haben ihn deswegen gekauft, weil ich glaube einfach, dass das Auto im Markt einfach für immer extrem besonders bleiben wird. Es gibt eben heutzutage solche Fahrzeuge nicht mehr. Selbst ein Alfa Romeo 4C wiegt gute 400 Kilo mehr als dieses Auto. Also wirklich ein einmaliges Fahrzeug im Kontext von Automobilgeschichte. Deswegen steht er hier. Deswegen glaube ich an dieses Auto auch, was Wertsteigerung angeht. Ist natürlich immer ein bisschen schade, wenn man das Ganze nur auf Wertsteigerung unterbricht. Aber darum geht es in dem Fall bei meinem Kunden. Und das ist am Ende dann immer das Briefing. Z1 ist klar, super, super besonderes Auto wieder. Gibt es auch wieder im Kontext des Marktes über die letzten 60 Jahre ist es dieses Auto einfach wahnsinnig besonders und wird es auch bleiben. Einfach wegen diesen Türen. Guck mal hier, mit Hand auf den Boden. Wegen diesem wahnsinnigen Konzept mit diesen Kunststoff-Body-Teilen, die man ankleben, quasi andocken kann. Das heißt, du kannst die Farbe von dem Auto ändern. Alles aus Kunststoff auf einem normalen Frame. Super, super besonders. Dann ging es weiter. Das ist im Fall, da habe ich ihn von einer Privatperson gefunden und gekauft. Dieses Auto ist auch wirklich sehr, sehr nah an meinem Herzen. Das habe ich ehrlich gesagt in einer Art Scheunfund in der Nähe von Rosenheim, wo ich ein paar Kunden habe gefunden. Zweite Hand, 40.000 Kilometer, voll original. Originalauspuff, original alles. Das ist für mich ein absolutes Museumsstück. Wir haben hier vorne drin einen 2,7 Liter V8 aus einem Stradale 33, in dem er noch 2,5 Liter hatte. Aber das ist für mich, muss ich sagen, auch ein absolutes Schmuckstück und ein richtiger Fund, auf den ich wirklich sehr stolz bin, weil wir den für einen guten Preis kaufen konnten, weil er eben dieses Volloriginale hat, dass das ein bisschen was Museumsähnliches ist. Und dann eben natürlich Gold überbrauen. Geht auch schlechter. Das ist jetzt in dem Fall das neueste Auto erstmal in dieser Sammlung. Das ist ein 3,2 Carrera Targa. Für mich das Auto auf jeden Fall das G-Modell, was alle haben wollen, weil er eben den 3,2 Liter Motor hat ohne Cut. Bedeutet schon fast 250 PS, 231 PS. Und fährt eben dadurch auch schon recht modern. Leider nicht das G50 Getriebe, aber das neuen 15 Getriebe, was da drin ist, ist eben deutlich robuster. Auch super, super schönes Auto mit wirklich viel Potenzial, meiner Meinung nach. Come on, come on, give me, give me, give me. Give me, give me, give me, komm, dritter, 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 dritter. Dieses Auto ist jetzt auch schon noch, gehört noch mir, Corvette C2 aus 63 Stingray Cabrio. Auch wieder so ein Fund, auf den ich sehr stolz bin, weil wir den einfach auch sehr, sehr gut einkaufen konnten, weil er eben auch aus einer Sammlung, aus einer großen Sammlung rauskam, welche ich, wo ich die Besitzer ziemlich, ziemlich gut kenne. Den haben wir aber auch nochmal aufbereiten lassen, haben wir nochmal ein bisschen Geld investiert. Der steht echt, echt gut da. Das war auch einer der ersten Fahrzeuge, die wir verkauft haben, und zwar ein Camaro SS 396. 396 steht eben für Cubic Inches, bedeutet eben Big Block als Cabrio. Das ist so das seltenste Camaro Erstserieauto, was es gibt im Kontext von Camaro. Das, glaube ich, wurde trotzdem um die 4000 Mal gebaut. Und so hat sich diese, quasi diese Sammlung langsam aufgebaut. Für mich, meine absoluten Highlights stehen hier links. Nicht absolute Homologationslegenden mit dem E30 M3 und dem 190 E Evo 1. Das sind so Poster-Cars, die ich damals auf meinem, wirklich an der Wand hatte, Slash als Screensaver. Und jetzt stehen die hier beide zusammen nebeneinander. Auf die bin ich auch wirklich wahnsinnig stolz. Und an die, glaube ich, eben auch investmenttechnisch extrem, weil sie einfach so besonders sind und fahren einfach so gut fahren. Zukunftstechnisch wird jetzt nochmal, wir haben gerade noch im Bestand einen Renault Clio V6. Superspannend, auch in der ersten Serie. Ganz, ganz wildes Auto, werden wir auch ein Video darüber machen. Mittelmotor, 250 PS fast, super, super, super spannendes Auto. Und es kommt noch ein M6 35 CSI aus den 80ern, auch super spannendes Auto mit einem M1-Motor. Das sind jetzt so die Sachen, die jetzt in den nächsten zwei Wochen noch in die Halle kommen. Falls ihr solche Interesse habt, dass ich ein Auto für euch besorge, zum Beispiel, ihr sucht schon ewig nach etwas ganz Bestimmten, schreibt mir eine Mail, ich kann euch im Zweifel helfen und dann kommen wir ins Gespräch. Und wenn ich euch nicht helfen kann, dann sage ich euch das und dann guckt immer, guckt immer, was passiert. Tut das gerne. In Zukunft, wir werden ungefähr immer weiter zwei Autos im Monat dazukommen und bald wird es auch eine CollectiveMotion.de Website geben, wo ihr dann quasi gucken könnt, hey, was hat denn William gefunden gerade im Markt? Etwas ganz Besonderes mal wieder, einen Austin Healy 3000 Mark III und zwar einen echt perfekten. Ich will noch transparenter werden, ich will euch noch mehr mitnehmen. Stellt mir gerne Fragen in die Kommentare, was euch interessiert, was wollt ihr noch wissen, was habt ihr, gebt euren Senf dazu. Ich freue mich über alles, was ihr mir zu sagen habt und kommt ins Gespräch. Meine Kontaktdaten sind immer in der Beschreibung. Wenn ihr nichts verpassen wollt über dieses ganze Thema und meinen Werdegang weiter mitverfolgen wollt, dann, wir sind mittlerweile schon tausend Leute, deswegen vielen, vielen Dank an euch schon mal. Abonnieren nicht vergessen, stellt mir die Fragen und sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Wenn ihr sehen möchtet, wie das hier vor sechs Monaten noch aussah, dann klickt hier oben auf das Video. Bis zum nächsten Mal.